Musik Ja, reiten kann man hier auf dem Schiff auch, und zwar auf diesem Pferd. Nein, Spaß, natürlich, das ist ein riesen Schachpferd. Ist ein bisschen nass noch, da sammelt sich ein bisschen Wasser drin. Ist aus Plastik. Und weil jetzt hier gerade keiner ist, kann ich mit dem Pferd direkt übers Feld reiten und den gegnerischen König schlagen. Schachmacht!